Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Mittwoch, dem 15. Juni. Nach dem feiertagsbedingt eher wenig aussagekräftigen Montag war gestern der gestrige Dienstag, also der eigentliche Wochenstart hier an den Märkten, so könnte man das sagen. Und es ist ein freundlicher Start gewesen und zwar auf breiter Front. Der DAX konnte um 1,69% zulegen, auch der MDAX und der TechDAX waren per Handelsende auf der Gewinnerseite. Der Eurostox 50 konnte um 1,68% zulegen im Kurs, also mit einem fast gleichen Anstiegswinkel sozusagen wie der DAX. Auch die drei großen Indizes in den USA zeigten sich von ihrer Schokoladenseite. Der S&P 500 legt um 1,26% zu. Griechenland bleibt leider, kann man sagen, ein Thema. Das Thema kann einem ja schon fast etwas zum Hals heraushängen, dass die Märkte hier gezwungenermaßen allerdings hier immer wieder dieses Thema vor sich her schieben müssen und berücksichtigen müssen. Gestern war ja eine Notsitzung oder eine Sondersitzung von Finanzministern in Brüssel. Diese Sitzung ist ergebnislos gelaufen oder jedenfalls ohne großen Durchbruch. Am 19. Juni, also am kommenden Sonntag, soll dann weiter verhandelt werden. Das ganze Manöver ist recht seltsam, denn hier wird sehr darauf zu achten sein, dass man hier extreme Verbalakrobatik betreibt, um hier bloß nicht die Ratingagenturen dazu bewegen, hier von einem Ausfall zu sprechen, von einem Default zu sprechen. Das heißt, man wird herumtricksen, herumeiern und dann aber wahrscheinlich doch irgendwo eine Lösung finden, womit man dann einigermaßen das Gesicht wahren kann. Die Positionen sind sehr unterschiedlich. Die deutsche Seite drängt ja darauf, private Gläubiger mitzubeteiligen an dieser Restrukturierung für die EZB. Ist das nicht erwünscht oder jedenfalls nicht in einer zwanghaften Weise. Und die Franzosen stehen auch eher auf der Seite der EZB. Am Freitag soll sich Merkel mit Sarkozy zusammensetzen. Das ist eine gute Maßnahme, dass man im Vorfeld dieses Gesprächs dann am Sonntag auch nochmal versucht, die deutsche und die französische Positionen einander näher zu bringen. Letztlich ist Deutschland eh der Zahlmeister oder der wesentliche Garantielieferant, je nach Variante, und der wesentliche Impulsfaktor eigentlich auch. Und insofern sitzen hier die Deutschen tatsächlich am längsten Hebel. Allerdings bisher haben die Deutschen aus dieser politischen Chance, die sich damit ja auch bietet, eher wenig gemacht. Das ist ein mühsames Gezerre der Politik. Ganz verwunderlich ist es übrigens nicht, dass Frankreich eher auf Seiten der EZB steht. Beispielsweise dazu die Ratingagentur Moody's möchte sich das Rating für drei französische Großbanken nochmal etwas anschauen. BNP, Paribas Société Générale und der Credit Agricole. Bei der Beprüfung geht es besonders um das Engagement in Griechenland, sowie auch in Bezug auf Privatkredite. Und ein schlechteres Rating bedeutet ja gerade für eine Bank auch eine tendenziell teurere Finanzierung. Ist also vergleichbar, als wenn bei einem Industrieunternehmen die Rohstoffe, die Rohmaterialien teurer werden. Es schmälert natürlich dann tendenziell die Marge und macht das Geschäft damit natürlich nicht einfacher. Es bleibt also spannend. Übrigens vielleicht noch als Abschluss hier zu diesem Thema. Nach vorläufiger Rechnung ergab sich in Griechenland in den ersten Monaten, fünf Monaten des Jahres, schon mal eine Ausweitung beim Budgetdefizit auf 10,28 Milliarden Euro. Eigentlich waren bisher 9,07 Milliarden Euro erwartet worden. Dies also diese vorläufige oder auch endgültige Berechnung, die aufzeigt, dass die Griechen leider stärker defizitär sind, als sie eigentlich sollten. Ist das jetzt nur mal eine Schlussnotiz jetzt heute für dieses Thema. Schauen wir auf ein anderes Thema oder ein anderes Land. China nämlich. Gestern war das hier schon ein Thema. Es wurde ja die Information herausgegeben über die Entwicklung der Inflation und auch über die Entwicklung der Industrieproduktion. Die Mindestreserveanforderung wurde nochmals verschärft um 0,5 Prozentpunkte auf 21,5 Prozent. Allein in diesem Jahr ist das nun schon die sechste Verschärfung bei den Mindestreserveregeln für die Banken. Ein höherer Mindestreservesatz bedeutet, dass die Banken in ihrer Kreditvergabemöglichkeit gebremst werden. Das wiederum hat natürlich Einfluss irgendwo auf das Kreditwachstum und dann letztlich auch auf die Inflationsentwicklung. Die Inflation ist so hoch in China mit 5,5 Prozent. Eindeutig über dem, was sich die chinesische Notenbank wünscht. Schauen wir nun vom Mako-Kosmos mal ein wenig weg auf Unternehmen bzw. Aktien. VW fangen wir damit an. Gute Verkaufszahlen gab es bei der Kernmarke. Meier gab sich ein Absatzplus um 16,1 Prozent auf 436.000 Einheiten. Kumuliert in den ersten fünf Monaten schaffte man den Verkauf von etwa 2,09 Millionen Einheiten. Eine sehr gute Entwicklung, die maßgeblich befeuert wurde durch die Verkaufserfolge in den Schwellenmärkten. Nächste Aktie, die ein Stück weit Kontrastprogramm zum Image von VW ist, ist Gagfa. Das Wohnungsunternehmen, Wohnungsriese kann man sagen. Offenbar möchte das Unternehmen den totalen Krieg. Die Verteidigung auf die Klage der Stadt Dresden ist im Prinzip eine Gegenklage. Und das hört sich nach einer längeren Schlammschlacht an, einer längeren Ungewissheitsetappe auch an, die man nicht unbedingt begleiten sollte. Die Aktie ist in den letzten Monaten auch schon sehr, sehr schwach gewesen. Es ist noch schlecht zu greifen, wo hier dann letztlich der Dreh erfolgen wird. Und selbst wenn die Aktie jetzt sich stabilisieren sollte, heißt das noch lange nicht, dass dann noch zeitnah eine Erholung kommt. Denn Gagfa befindet sich in einer etwas schwierigen Situation und jetzt diese Ungewissheit durch den Rechtsstreit macht das Leben natürlich nicht einfacher. Imagemäßig ist die Aktie leider ebenfalls ziemlich ramponiert oder beziehungsweise das Unternehmen. Adam-Modemärkte. Eine neue Mission, wo es offenbar ein bisschen Sand im Getriebe gibt. Den Eindruck kann man jedenfalls haben, aus dem Umstand, dass die Zeichnungsfrist verlängert worden ist bis zum kommenden Montag. Wahrscheinlich würde es in dieser Woche noch mal etwas Zahlen geben. Wahrscheinlich werden die sogar ganz gut ausfallen, um hier die Anleger doch noch in diese Aktie hinein zu locken. Damit sind wir beim Terminkalender. Es steht eine ganze Menge an für heute. Angesetzt war beispielsweise 11 Uhr unserer Zeit Euroland Industrieproduktion April, 12 Uhr unserer Zeit OECD Arbeitslosenquote April, dann eine ganze Reihe von Meldungen aus den USA, 14.30 Uhr unserer Zeit die Verbraucherpreise Mai, der New York Empire State Index Juni, die Realeinkommen Mai und dann etwas später um 15 Uhr internationale Kapitalströme April, noch ein wenig später 15.15 Uhr Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai und schließlich um 16 Uhr der NAHB. dem WF Hausmarktindex Juni. Abschließend. Es bleibt bei der bisherigen Linie. Der DAX ist ja gestern recht freundlich gewesen. Das ist eine nette, schöne Entwicklung. Ich denke, dass diese Stärke im näheren Umfeld generell eine gute Gelegenheit ist, um das Depot noch ein wenig defensiver zu gestalten. Das heißt, auch noch mal etwas Liquidität aufzubauen, gut gelaufene Positionen entweder eng abzusichern oder vielleicht auch mal Gewinne mitzunehmen und generell den Liquiditätsanteil im Depot etwas zu erhöhen. Alternativ sind Engagements im Spezialitätenbereich denkbar, sowie auch im Bereich von Derivaten. Und hier möchte ich grundsätzlich auf den FB heute verweisen, den Sie ergänzend gerne zur Hand nehmen können und sollten. Das war es für heute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Walter Thyssen. Ich wünsche Ihnen einen guten Börsentag.